Willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty. Heute sind wir nicht alleine, sondern mit Maddox Moo. Hallo. Und auf jeden Fall Leute, heute spielen wir Call of Duty Model Warfare, der Battle Royale Modus, aber nicht normal, sondern wir machen eine Challenge. Und zwar, welche Challenge machen wir Maddox? Only Pistol. Okay Leute, heute machen wir die Challenge Only Pistol, also wir dürfen nur mit Pistole spielen, wir dürfen Panzerplatten, sowie Granaten und alles drum und dran, dürfen wir einsammeln, wir dürfen uns auch, äh, dürfen wir uns Waffenkästen holen, nee, ne? Nee, aber wir dürfen Drohnen und alles benutzen, das versuchen. Ja, genau. Und wir dürfen auch, also andere Pistolen aufheben. Also wenn wir jetzt eine lila Pistole finden, dürfen wir die auch aufheben. Ich weiß nicht, ob es den Lila gibt, keine Ahnung, vielleicht glaube ich auch gerade scheiße, aber Leute wissen, wenn wir in der Runde sind. Ja, gehen wie Farmland oder woanders. Äh, ja, alles Farmland. Leute, wenn ihr mehr Challenges wollt, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like, da und wenn ihr neu seid, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr die Glocke aktivt, kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, aber hört ihr, glaube ich, von jedem YouTuber, von dem her, aber ich sage es euch nochmal, Tare springt. Okay. Okay, Leute, only Pistole, ich bin gespannt, machen wir überhaupt paar Kills, welche Platzierung werden wir, wir müssen natürlich etwas Camper mäßig und sehr defensiv spielen, wir können nicht direkt reinpushen, aber ich bin gespannt. Und du, was denkst du? Ja, hoffentlich können wir backieren, wir müssen uns ein oder zwei, ne? Ja, also ich würde sagen, ich würde sogar sagen, direkt, wenn Leute landen, fliegen wir direkt zu denen und snacken, die eventuell, mache ich jetzt zumindest. Ich glaube, ich bin gespannt, wie ich es euch nicht. Ja, ich hoffe, ich auch. Okay, soll ich auch. Okay, soll ich auch. Okay, soll ich auch das Zeug. Okay, Leute, damit hat sich die Frage schon mal geklärt. Auf jeden Fall. Ich habe mich am K.O. geschlagen, haltet ihr. Wir können theoretisch doppeln, also wir können. Bro. Bro. Es ist okay. Durch was wurdest du gekillt? Ja, Pistole. Da waren wir ein Typ, genau, die Eichversterben. Das ist kacke. Ja, der ist ein guter Geschäft drauf zu schaffen. Ja, ich bin wohl überkommen. Okay. Oh, ich habe ihn. Er hat ein Sturmgewehr und ich habe ihn mit Pistel geholt. Er hat nur noch dich. Okay, bitte. Wie gleich hast du? Ähm, 300 nur leider. Ich habe sogar Kiezen. Wollen wir, also dürfen wir eigentlich Revolver aufheben, wenn wir die Revolver oder so finden? Ja, das schon. Ja, ne? Also ich würde halt sagen, generell Handfeuerwaffen außer Uzi. Ja, Uzi. Ja, Uzi. Ja, Uzi nicht nur Schäuzen. Ja. Ja, ich habe 1100. Ja, Uzi, goldene Küste für mich, finde ich das über 3000. Ja, Krampf. Ja, ich habe 1.300. mit wie es hier eingeschoben ja, save das ist ja dann die blaue Pistel ja, die ist echt geil ja, geil Selfationarkampf ist Pistel gar nicht so schlecht Goldene Revolver Ob, Dega Dega wie viel Prozent kriegt man genau in der Round ne Golden Revolver ich hatte da noch nie ja, nur Lilian ja, ich auch aber Wolvers kann ich glaub nicht so gut mitspielen auch, ja du kannst ja nur einen nehmen, glaub ich, oder? nee, was, was, kannst du zwei nehmen? ja, was, zwei äh, zwei Pistels ja, natürlich weil, wenn du Double Pistel spielst, hast du halt mehr Schuss muss nicht halt nachladen ja, das ist halt gut der Revolver und Diegel auch so nötig okay, hier ist ungenutzt ah, junge Leute junge Leute, das war alles in blau ja, du verlierst am Boden oooooh wie kannst du ja, lol du.. fuck, 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 fuck Diger, renn einfach, renn, renn, renn einfach nee, nee, nee Ja, der hat ja irgendwie einen PiS, ne? Ah, fuck. Fuck, Digga, der war Shield Break! Okay, Digga, bin gut luck dran. LOL, sogar da auch mit Pistel! Nein, fuck. Ach, stimmt. Damit könnten wir es halt gute Platzierungen schaffen. Springen. Oh, Leute, was denkt ihr? Welche Platzierungen werden wir in dieser Runde? Schreibt's in die Kommentare ohne zu schauen. Und ja. Ja? Ja. Oh, der Kistler, komm. Ach, mach auf Ehre. Hopp! 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 Tschüss, Digga! Das ist mal nah beieinander bleiben. Hier sind wir noch bei mir. Ich komme, ich komme. Ja, er mit den ähnlichen David Roth, alter. Ich habe, wo, 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 wo. Oh, Mann. Boah, die ist gut. Ja. Was denn? Muss ich sagen? Also, wir sind dauernd in der Staffel Box. Es Nicola nicht. Wie also, wir brauchen sie gegen Palacen, die geht weiter nach Marathon. Wir brauchen eine Staffel Box und bloß den Schublegger und Europa, convince sie 듯. Jaa, du. Nein! Ja! Ja! Ich hab's! Sogar Leute ist sogar ein Gulag-Pistel, ne? Oh, wahrscheinlich. Danke, du. So will ich's auch haben, du. Das ist ein Heli, ne? Oh, schau mal, jetzt kurze Sache, ja, blau. Der, das wird... Oh, ne. Soll ich hin? Egal, komm, ich camp in der Zone einfach. Oder? Ich geh aufs Stadion, ich geh aufs Stadion. So kann da niemand drauf, außer mit nem Helikopter. Oder... Ding. Oder halt, ähm, wenn er drauf landet, dann hat er auch nur ne Pistel. Nee, weger, dann würde ich zur Ursache riskieren. Wir könnten sowieso nicht... Oder soll ich machen? Ja, no reason, no fun. Nee, nee. Oh, Junge. Ich krieg's aber wieder rauf. Und... Und sind drauf. Ja, das schon, wir könnten ja dann wieder zusammen hoch, aber... Ich markier' ihn mir mal, dass ich ihn nicht später verliere. Na unten, also, wenn's nicht gelootet ist, habe ich erst extremst heiß, Digga. Komm, ich geh dann wieder hoch. Hä? Nein, jemand hat nicht geblendet! Hä, wo bin ich? Schaff's, schaff's, schaff's einfach auf, einfach auf! Nimm Heli, nimm Heli! Nimm Heli, nimm Heli! Schau, das geht, Digga! Hätte ich nicht gesehen, glaube ich. Zieh hoch, zieh hoch, Digga, schaff's schon! Huch! Also... Ich hab' ja gesagt, der Typ wollte nicht so hart schon, Digga. Nun passt aber so ab. Die hab' die Kube drauf! Die hab' die Kube drauf! Weil? Ja, eine, die wieder... Nein! Digga! Digga, geh bitte auf die Kugel drauf! Weil hier kann einer nicht snipen vom Werbe oben! Wenn hier nicht... das wohl ist! Sein Maid landet safe hier! Ja, nee, Digga, der landet safe zu seinen Kollegen! Der landet safe zu seinen Kollegen! Ja, wahrscheinlich, Digga! Kannst du runter? Schau! Ja, schau mal ein bisschen herum! Wenn du, wenn du... Nein! Fuck! Was? Und schau! Digga, ist dein Maid landet halt wirklich hier! Digga, ist dein Maid landet halt wirklich hier! Oh! Probier die Heli zu killen! Der hat nur in der Piste! Warte, wie kill ich in meinem Heli? Der war auf und drauf fliegen oder so! Gel! Nein! Nein! Wo ist er? Ja! Digga, er ist erst so arg hier, alter! Er hat keinen Bock mehr, Digga! Sein Kipper ist jetzt so ein bisschen... wir denken er kann nicht gehen ich fliege so weg er denkt so okay ist da noch was es ging dann auf dem dach hier ist und hier das war nicht der hat dann muss klar hier ist ich würde mich nicht mehr der kann ja der kann ja auch unterm stadion sein ok von wo leute sniper 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 ich geboren ja immer geil kann man noch höher fliegen gelegen jüdiger die hielten nene ich will mir täglich so lange bleiben wie es geht kämisch beschießt wir dürfen besorgen die fliege versorgen ist es nicht nur ein kreis ist auf Lass mich ja einfach mal. Geht sie die Fuss auf uns? Nein, Maddox. Obwohl doch, du hast recht. Es lebt noch 10 Leute. Ne, 30, 20, sorry. Ne, ich muss noch 90. Ne, das sind welche bei der Versorgungskiste. Ich meine, jetzt kannst du andere warten. 19. Ne, scheiß drauf. Ich bleib einfach hier oben, solange ich kann. Ich glaub, die checken gar nicht, dass du mit mir hier oben bist. Ja, ich glaub sie auch. Weil niemand beschießt mich. 18. Ich glaub, ich hätte jetzt ne Gasmaske. Da könnte ich halt einfach kurz in die Saune irgendwie schlieben. Die checken's glaub ich echt dich! Ja, weil alle zu viele Leute sind fast aus der Borde. Ich helfe euch, hol die letzten von Helikoptern. Du musst halten, wenn wirklich wenige Leute sind und auch wir 12 Leute. Was? Die 8 Leute sind nur auf 18 Leute, nur auf 12, oder? Was soll ich machen, wenn richtig wenige noch übrig sind, wenn die letzten übrig sind? Probiert, dass der Helio auf die Oben sitzen. Das war das. Ja. Ja. Junge, ne, 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 die beschießen mich scheiße. Ja, Plastiker, bis, 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 bis steht, dass es abgeht. Ja, ich weiß. Hier kann ich noch sein. Ja, die sind schon geprüst. Hier sehen die mich nicht mehr so gut, weil es hier so vergrünt ist. Noch, noch 6 Leute! Oh mein Gott, was? 5 Leute noch. Dann soll ich einfach runterfliegen, oder was? Was soll ich machen, wenn die letzten übrig sind? Boah Leute, wie das aussieht. Was soll ich machen, wenn die letzten übrig sind? Was soll ich machen? Eine Minute und in 20 Sekunden. Dann ist die Border komplett weg. Nein, 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 nein! Sie schießen mich ab! Fuck! Nein, 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 nein! Ich sterbe! Wo sind die? Nein, nein! Ich sterbe! Aber Junge, als ob so weit es weiter! Zweite Platzierung! Das war die letzte! fragt die leute ich bin aus reflex rausgesprungen aber der war fast kaputt das waren drei oder war es nur einer